Herzlich Willkommen zurück zu Overwatch. Mit Shiro Craps wieder Nils und Kunrad. Moin! Yo! Was geht'n? Gain, Leute. Gewalt! Was soll denn sonst gain? Wählst du Gewalt? Klar. Das war keine Ahnung. Das war die beste Szene übrigens der Folge. Das war das Highlight, ja? Ich würd' so gerne jetzt dazu im Spruch sagen, weil mich das heute schon so oft aufgeregt hat. Das war das Highlight. Ah, ich bin schon tot, danke. Dieses Gemecker, ey. Nein, 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 nein. Das war die beste Szene. Du müsstest eigentlich links auf dem Weg laufen können. Ja, ich hab' auch grad nachgedacht und dachte mir, lauf einfach. Gut, dann lauf' mal einfach mal durch. Ich werd' hier noch, ich werd' hier gebimt. Ich hab' gerade meinen, ich konnte grad schieß' nicht auf meine Waffen nicht. Oh, nee, der ist noch am besten auf dem Spot. Ach, sein Turm steht da drin. Ja, Turm und Bestchen. Wo steht der Turm? Rechts in dem Haus jetzt, bei Nils. Also für dich in dem anderen Haus. Oh Gott, da ist der Bestchen. Aua! Moment, Moment, ich komm zu dir. Nee, komm nicht zu dir. Conan, es sei denn, du kannst dich rüber porten. Ah, ist der Bestchen, Opsi. Kriegst du den? Ja. Port dich rüber. Best, was bei dir? Komm schon! Aber er ist da und der Bestchen ist da und das Geschützt steht noch rechts in dem Haus. Aber der Bestchen ist da. Gute Machungan. Leider. So, den Einer haben wir geröstet. Jetzt hinter der Payload verstecken wegen des Geschützt. Hab's geschützt. Bin aber doch zum Dank. Einer muss Unge da noch erwischen. Open call. Ja, aber ohne To. Boah, jetzt wird's hier richtig aufs Maul geben mit Drunk Red. Ach, der bürstet nicht weg vor Zeitungsboost. Noch bin ich nicht tot. Jetzt stehen da wieder alle auf dem Spot. Jaja. Oh Gott, ich lebe noch. Aber dann so gerade eben. Drunk Red Down. Tschüsse. Ich hab Bestchen geröstet. Ich versuch's abzulenken. Massiv. Ja, aber. Gut. Schütz. Ja, ist Down, Down, Down. Schöner Angriff, Leute. Schöner Angriff. Ich geh weg, tschüs. Ich auch. Er kommt durchs Haus. Er hat mich erwischt. Okay. Das ist nur gut. Ja, egal. Haben wir. Sehr gut. Fürs Team geopfert. Gut so, Crabz. Ja. Mach da das, die Crabz. So ist er. Der Gute. Der Gute Crabz. Wir sind angeschossen von wo? Was? Du bist angeschossen? Wie kann das sein? Ich weiß auch nicht. Vizier. Gegner Soldier. Ich bin down. Und Panzer. Mh. Und Watergold. Die alte Arme. Schütt doch mal einmal. Schade. Schade. Ich kann ja mal klappen können nicht. Andere haben sie zu spielen. Nein. Crabz. Mach ne Bombe. Oder so. Oh Gott. Klar mach ich. Oh Gott. Ich komm um die Ecke ran. Stehens alle da. Die können sich aber alle nicht bewegen. Boah, die spammen hier rein. Und Ovidave. Ne Bastion is down. Mh. Der Roadhog muss sterben. Ja, der Roadhog hat mich... Ist tot. Wuh. Wuh. Boah, dieser Junkrat ist nervig. Ja. Ich versuch ihn zu kriegen, aber ist nicht so einfach. Jetzt reicht's. Fucko. Oh, kack. Nicht unser Beat. Kann ich von sagen. Mh. Oh, sie ist nattern. Oh, er war ja. Nicht erwischt. Scheiß Junkrat, alter. Der ja schwingt und schwingt. Ey, dieser Junkrat, der ja schwingt. Ich will nicht der einzige am Peddys sein, oder? Aber ich kann's. Dein Job. Dein Job. Wieder Oldung zu haben, ey. Der ja... Gegenverkehr. Ja. Komm von oben. Oder? Leiser. Ah gut. Ja, ja. Hat der aber gezündet, oder? Ich glaub schon. Schon, ja. Hat keiner Hilfe bekommen. Wo ist die Widow? Nach unten so. Huh, aua. Okay. Ich habe Q und E gedrückt, alter. Und der zählt nur den E. Wie ich wieder am Anfang. Erwann bedauern. Toll Crabbs. Wollt ihr den Kopf wieder hinlegen? In die Mitte? Hat er uns Junkrat in der Hütte? Aua. Da... Da bin ich direkt gestorben, dann. Das ist aber nicht gut. Ich kann mich ja nicht rausholen. Ich bin zurück. Geht da, du? Alter, wie... Wo wird die alle oben? Wer denn? Der Junkrat. Ja, der... Weil die Granaten so langsam fliegen, dass er halt... Dass du das gar nicht mitbekommst. Ich hab'n Q. Wollen wir da irgendwie ablenken können? Ich hab'n die ganze Tastatur... Ich denk' gerade, ich hab'n gewaltig gehabt. Uh! Extra kriegt mich einfach nicht. Es ist geil. Wieso hat meine Bombe überhaupt nichts gebracht? Nein, hast du nicht. Ja, haben wir. Kommen jetzt an eine Payload und dann haben wir's. Aua. Oh, oh! Woah! Hätt' mich fast umgechartert! Ich muss den mit dem Haken packen. Vor allen Dingen, den hab' ich. Ja, du hast ihn auf meine Spur gelenkt. Ja. Jetzt wird er der Junkrat. Ja, sauber. Du hast ihn da auf meine Spur gelenkt, dann musste ich den wegziehen. Oh, wer hat da Gold? Wer hat da dreimal Gold? Boucher. Jawoll. Mit der Bombe? Ja. Doch, da ist sie hier, da war eine Ulti und du rennst erst mal weg, anstatt da Stress zu machen. Da waren alle. Oh, das wär so geil. Das wär wirklich nice geworden. Da waren ja wirklich alle sechs in meiner Ulti. Oh ja, dieser Vita-Wolf. Das hättest du mir vorher sagen. Hey, Voted! Das wär krass gewesen. Boah, das wär ne richtig leine Ulti von Diggins gewesen. Die wär richtig nice. Nur für Roadtalk reicht's nicht. Levelu! Level 30! Level 47? Das wär echt gut gewesen. Auf dieser Menge würde ich nur Lautsprecher durchsagen. Ich denk jedes Mal hier ist einer in meinem Haus. Ja, weil es in deinem Haus Lautsprecher durchsagen gibt, oder was? Achtung, Achtung, Nils! Nils, das Essen ist fertig! Nils! 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 Und wie er so lebt! Mhm! Oder... Ein Damage Quita? Gut. Oh, da haben wir einen McFree. Wir haben einen Junkrat, also kann ich den McFree nehmen. Der Kampfeinsatz. Sorry, ich hab meine Sitzierungskarte vergessen. Ja, dann kriegst du auch nichts. Kommt dran, ne? Shigo, nicht schön. Scheiße. Haben Sie Ihre Versicherungskarte dabei? Haben Sie Ihre Versicherungskarte dabei? Hier, guck mal nach oben. Hier, Nils, guck mal hoch. Ah, ich wollte die ganzen Geländer wegmachen. Numbani ist ein Drecksloch. Numbani ist ein Drecksloch. Was? Junkrat ist der Scheiz. Ich versuch, die jetzt rechts rauszukicken. Wenn die da jetzt rauskommen, schubs ich den. Warte, ich baite. Da kommt welche. Schade, es hat nicht gereicht. Boah, wie viel Schäme vor vier Leute weggeschubbt. Wo bist du denn? Weggeflogen. Ja, ich versuch, ich wollte gerade versuchen, dich zu heilen. Aber jetzt bin ich tot. Ich bring da extra raus, da fliegt er weg. Oh, shit. Die kommen da alle oben raus. Vielleicht auch lieber Farrah. Ja. Rip it down. Oh. Irgendwas sagt mir, dass wir das Ding jetzt instant verlieren. Na, Quatsch. Ich hab nur Scheiße gebaut. Egal, den Vortog nehme ich mit. Danke, Gundran. Die haben echt geholfen. Vielleicht nur einen Supporter nehmen. Jeet. Dann aber lieber... Ja, lieber wiederbeleben. Ja, ich... Ich stell gleich noch einmal Teleporter auf. Oh, shit. Shit, shit. Ihr geht doch dann eh weg. Geht der weg, wenn ich wechsle? Klar. Ich bin drauf. Ich bin auch drauf. Junge, kassiert hier. Ding, 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 ding. Aber es juckt ihn halt nicht, weil ich nur einen Schaden mache. Boah, ich hasse die... Das Teleportierding, ey. Dass man da mal einfach so aus den Kanten hängen bleibt. Uff. Noch hab ich nicht genug. Laufe. Habt das? Klar. Klar. Easy. Mit wem redest du? Das hast du angezweifelt? Echt? Effchen ist drauf. Vielleicht wieder runter. Effchen will mich. Oh nein, Dschungelwut. Effchen hat mich. Weg mit dir, Affe. Tank Leck. Oh Gott, der Affe ist bei mir. Hahaha. Ohne, ich muss nachladen. Ich muss dringend dringend. Gegen diesen Racken zu spielen ist so undankbar, ne? Ich brauche Heilung ganz dringend. Ja, ich bin tot. Achso. Und das hält dich schon davon ab, ja? Ja, das hält dich schon davon ab. Achso. Also. Ich weiß nicht. Lass doch den Heilstab hier liegen. Ja, genau. Der ist hier oben in nem Haus. Und der geistert hier irgendwo. Hinter euch, Figo. Ja, bei mir. Ich brauche Heilung hier draußen. Ich fliege jetzt hier grad hoch. Ja, ja, ich hier. Hinter dir, hinter dir. Wo? Überall. Der. Der, 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 der. Ich hab ihn. Oh Gott. Hat sich gespielt? Und ich bin gestorben, gestorben, gestorben. Ich bin gehooked. Schauen. Hier stehen Teleporter. Huch, das war knapp. Ach, nerv doch nicht. Au. Drei Kilometer weiter weggeschoben. Ein Teleporter, wie geil. Tot gefahren. Okay. Ne, töten. Der ist grad alleine. Das ist total dumm. Rauf auf den Affen. Auf den Affen. Ja, dann haut er wieder ab. Hat er gemerkt. Blöd, merkst du selbst, ne? Keiner. Ist ja ja keiner da. Bleib ich von lieber hier? Ich wollt vor ein bisschen Schaden machen und so. Und dann um vorunter wieder zurück zu dir kommen. Mach mal Schaden da. Oh nein, Tracer. An wem hängt die Bombe? Okay. Die down? Oder weg? Ne, die ist abgehauen. Feig ist es auch. Ich werd angegriffen. Das war's gut. Hilfe. Hilfe. Ich tu die jetzt nicht. Scraps. Ah! Warte auf. Hilfe, ich brauch Hilfe. Affen down. No. Au shit. Wissen wir irgendwo? Ich bin hinter dir. Na, warte. Dankeschön. Warte auf. Warte auf. Ach. Ich mach es. Loll, der hat da hinten seine Ulti gemacht. Ja, lass ihn doch. Wenn er Bock drauf hat. Why not? Ich kriegst du den. Gib mir einen Kill wenigstens. Ach komm, ich bin nicht mehr. Ohne Witz. Aua. Ich bin down. Hinter, hinten ist ein Reaper. Ich verfolge ihn. Ich hab ihn. Geh. Ne. Ich komme. Wuh. Auaa. Was war das mit deinem instant loose? Warten Sie Ihre Motoren. Scheiße. Nice. Ja, also ich hätte dann gebetet, wenn wir hier verloren hätten. Fetze? Fetze, ja? Okay. Gut, Kunran. Gut. Highlight des Spiels. Aha. Ah, Piñata. Peace. Piñata. Okay, sie kommen, alles klar. Und ab. Wunderschön. Er wieder will sich. Längste Keelstreak als Tank und er macht hier ein bisschen Damage. Er macht hier ein bisschen Schaden. Ja. Alles klar, Leute. Schaut mal am vorbei, lasst einen Like, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss. Bye, bye. Tschüss.